Hallo, in diesem Erklärvideo erläutere ich dir die Rechtschreibstrategie Verlängern. Dich erwartet in diesem Erklärvideo, was ist denn überhaupt die Rechtschreibstrategie Verlängern? Wie wird sie angewendet? Und zwar bei Nomen, Verben, Adjektiven. Und zum Schluss gibt es eine kleine Übung. Die Rechtschreibstrategie Verlängern. Sie kommt zum Einsatz bei Einselbern und wenn am Wortende man den Buchstaben nicht immer richtig zuordnen kann. Ein Beispiel. Heißt es der Berg mit G am Ende oder der Berg mit K am Ende? Wenn man das Wort spricht, der Berg, hört man am Ende ganz klar ein K. Da immer diese Unsicherheit besteht, ob dort jetzt ein G oder K hingehört, hilft die Strategie Verlängern dabei, diese Ungewissheit zu beseitigen. Verlängern bedeutet in diesem Fall nichts anderes, als dass du an das Wort, das du schreiben möchtest, eine Silbe anfügst. In diesem Fall wäre es dann der Berg verlängert zu die Berge. Und nun hörst du eindeutig, dass der Berg, den du eigentlich mit K sprichst in der Einzahl, dass in der Mehrzahl ein G gesprochen wird. Die Berge. Und daran kannst du festmachen, dass auch der Berg, da es ja dasselbe Wort ist, nur in der Einzahl, ebenfalls mit G geschrieben wird. Und so funktioniert auch schon die Rechtschreibstrategie Verlängern. Nomen verlängert nämlich genau wie du es gerade gesehen hast, indem du die Plural, also die Mehrzahl bildest. Wie zum Beispiel der Herd ist Einzahl, die Herde ist Mehrzahl. Verben verlängerst du, indem du dann das Verb in eine andere Personalform setzt. Zum Beispiel bei er schwimmt, weiß man nicht, ob schwimmt mit einem M oder mit zwei M geschrieben wird. Wenn du nun eine andere Personalform wählst, wie zum Beispiel wir schwimmen, hörst du eindeutig, dass schwimmen mit zwei M geschrieben wird. Und Adjektive verlängerst du, indem du die Steigerungsform bildest. Wie zum Beispiel das Adjektiv still, wie ist es still, kann man entweder mit einem L schreiben wollen oder mit Doppel-L. Willst du nun die Steigerungsform, eine Steigerungsform, dann hörst du, dass still mit Doppel-Hill geschrieben wird. Denn die Steigerungsform lautet still, leer, als. Beim deutlichen Sprechen ist bei still, leer, ein Doppel-L zu hören. Das waren die Grundlagen der Strategie verlängern und wir schauen uns nun an, wie das Ganze angewendet wird. Bei Nomen wendest du die Strategie an, indem du das Nomen in die Mehrzahl setzt, also den Plural bildest. Wir verlängern die Zwerge und dadurch wissen wir, dass der Zwerg mit G am Ende geschrieben wird und nicht mit K, obwohl wir das K eindeutig am Wortende hören, wenn wir es aussprechen. Ein weiteres Beispiel. Das Geld oder das Geld. Wir sprechen, wenn wir das Wort Geld sagen, ein T am Ende. Wir verlängern das Wort einmal und bilden den Plural. Die Gelder. Und du hörst bei die Gelder ist es eindeutig ein D, sodass auch das Geld, also der Singular, die Einzahl mit D geschrieben werden muss. Also das Geld mit D. Und ein weiteres Beispiel. Das Werk oder das Werk. Du hörst bei dem Wort Werk beim Aussprechen im Singular in der Einzahl ein K. Wenn wir dieses Wort jetzt verlängern, die Werke, siehst du, dass du diesen Buchstaben, den du beim Sprechen hörst, auch tatsächlich der richtige Buchstabe beim Schreiben ist. Das Werk wird mit K geschrieben, denn es heißt die Werke. Wir blicken einmal auf die Verben. Er kommt oder er kommt. Mit einem M oder mit Doppel M. Wir bilden jetzt die andere Personalform, eine mögliche Personalform, indem wir dann das Verb kommt verlängern. Sie kommen, also muss er kommt, da wir bei sie kommen, ein Doppel M hören. Er kommt ebenfalls mit Doppel M geschrieben werden, denn es kommt ja vom selben Wort Stamm. Sie nennt oder sie nennt mit einem M oder mit Doppel M. Wir nennen, mit hören wir eindeutig in der Mehrzahl oder in der Verlängerung, ein Doppel N, sodass wir wissen, dass auch sie nennt mit Doppel N geschrieben werden muss. Er klagt oder er klagt. Beim Sprechen hören wir ein K. Es könnte aber auch sein, dass klagt mit G geschrieben wird. Deswegen bilden auch wir hier eine andere Personalform. Ich klage und du hörst in dieser anderen Personalform, dass klage, ein G gesprochen wird, sodass er klagt, wo wir eigentlich ein K hören, dann mit G geschrieben wird. Und als letztes blicken wir auf die Adjektive. Wild oder wild. Wird es mit T oder mit D beschrieben? Wir bilden die Steigerungsform. Wilder als. Und wir hören beim Wilder in der Steigerungsform eindeutig ein D. Also wir bilden ebenfalls mit D geschrieben. Hell oder hell. Mit einem Hill oder mit Doppel Hill. Auch wenn wir hier die Steigerungsform bilden, hell, leer, als, hören wir beim Sprechen ein Doppel Hill. Hell, leer, als. Sodass auch hell dann mit Doppel L geschrieben werden muss. Und als letztes Beispiel riskant oder riskant mit T oder mit D am Ende. Riskantär als ist die Steigerungsform und bei dieser Steigerungsform hörst du riskantär, also ein T. Also muss auch die nicht gesteigerte Form mit T geschrieben werden. Also riskant mit T und nicht mit D. Und als letztes machen wir eine kleine Übung, bei der du mitmachen kannst. Ich zeige dir verschiedene Wörter, bei denen du dann bitte die entsprechende Strategie verlängern richtig anwendest. Der Abfall oder der Abfall mit einem L oder Doppel Hill. Der Gepart mit T oder mit D am Ende. Die Burg oder die Burg mit K oder G am Ende. Du kannst jetzt das Video einmal kurz stoppen, um zu überlegen. Ich zeige dir sofort die Lösung. Der Abfall wird mit Doppel Hill geschrieben, denn es heißt die Abfälle. Wenn wir dort die Mehrzahl bilden, den Plural, hören wir eindeutig das Doppel Hill. Der Gepart oder die Geparten. T oder D. Die Geparden ist der Plural und du hörst ein D, sodass der Gepart, wo wir ein T aussprechen, mit D geschrieben wird. Die Burg wird mit G geschrieben, denn es heißt die Burgen. Es rollt oder es rollt bei Übung Nummer 2 mit einem Hill oder Doppel Hill. Es brennt oder es brennt mit einem H oder mit Doppel H. Es klappert oder es klappert mit einem P oder mit Doppel P. Auch jetzt kannst du das Video wieder kurz stoppen, um zu überlegen. Du siehst nun die Musterlösung. Es rollt wird mit Doppel Hill geschrieben, denn sie rollen ist das verlängerte Wort. Und bei dieser veränderten Personalform hörst du eindeutig das Doppel Hill. Sie rollen. Es brennt wird mit Doppel Hill geschrieben, denn es heißt sie brennen. Und es klappert wird mit Doppel P geschrieben, denn sie klappern. Da hört man eindeutig das Doppel P heraus. Und die letzte kleine Übung. Schnell oder schnell mit einem Hill oder Doppel Hill. Alt oder Alt mit D oder T am Ende. Und flott oder flott mit einem T oder mit Doppel T am Ende. Auch hier kannst du das Video kurz stoppen. Schnell wird mit Doppel Hill geschrieben, denn es heißt schnell, leer, als. Bei der Steigerungsform hörst du eindeutig das Doppel Hill. Alt wird mit T geschrieben, denn es heißt L-T-R-Als. Bei der Steigerungsform hörst du das T deutlich heraus. Flott wird mit Doppel T geschrieben, denn es heißt Flott-T-R-Als. Das war es auch schon mit diesem Erklärvideo. Ich hoffe, ich konnte dir mithilfe der Rechtschreibstrategie verlängern, die richtige Rechtschreibung ein wenig näher bringen. Viel Erfolg beim Üben.